im action hit the last of us left behind des entwicklers naughty dog folgen wir ellie zusammen mit ihrer freundin riley in eine prägende episode ihrer vergangenheit doch auch in der gegenwart erwartet uns ein schonungsloser überlebenskampf bei dem wir uns durch klickende gefahren und marodierende banden schleichen um unseren freund joel zu retten dazu kommt natürlich nur einer in frage mein cousin unser kreuchtanz und bogenschossexperte tim und damit herzlich willkommen bei let's play showmasters ja hier das ist auch interessant herzliches dank an die ausstattung so ja das schaut ja nett aus okay das gibt's doch gar nicht zombie apokalypse gibt's gar nicht aber ich wollte so gerne mit spielen kannst du doch okay komm her okay schließt die augen na los damit bewegst du dich damit boxt du und damit trittst du zu und zum blocken den hier zuerst willst du deinen charakter du spielst als die unaufhaltbare krallen schwingende umwerfend schöne angel knives soll ich mir das jetzt alles vorstellen augen zu hey sorry sie steht am rande des schatten tempels ein uraltes mystisches gebäude wo die turniere der unsterblichen stattfinden dein gegner black fang tritt aus dem tempel zu einem weißer muskelwerk mit drei armen dein blut aus die musik wird lauter als er seine kampfstellung einnimmt bereit und wie und ein kampf black fang rast auf dich zu er greift dich mit einem doppelschlag an spring hoch und sie geht schon dafür ja er schießt an dir vorbei du landest hinter ihm schnell schlag ihm in den rücken so richtig eins mit dem ellbogen kostet ihn 15 prozent gesundheit ja er wirbelt herum und stascht einen schattenklauen angriff was soll ich tun zurück und blocken zum kontern du musst dich gleichzeitig oh äh er hat dich gleich schock ihn damit er los drücke oben und blocken und tritt weg oh 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 gleichzeitig gleichzeitig ablocken ablocken und vorwärts und jetzt ein special special move die gleichzeitig wir haben sie ja gleichzeitig blocken cool äh was oh Gott das war viel hast du was hast du knapp das war viel aber nicht zu viel für dich oh nein verdammt das nehme ich kling äh äh nein gleichzeitig das plus ist immer gleichzeitig ne komm ab grad oh nein gleichseitig das habe ich gefunden ey mach ihn planen das war wir sind schon das dunkel ja angel knifes klauen fangen an zu blühen sie durchbohrt seinen körper wieder und wieder bis ihm das herz aus dem oberkörper springt sie holt mit ihrem bein aus und schlägt ihm mit einem roundhouse tritt den kopf ab eine blutfonte eine blutfonteine ergießt sich aufs spielfeld das ist ein ultrakill angel knifes regt die fäuste in die luft du hast gewonnen ja ich hab gewonnen nicht schlecht fürs erste spiel cool und war ganz okay ach komm schon ja hat spaß gemacht hörst du das hey hör mal wir sollten zurück ich muss zurück du hast noch jede menge zeit riley ich ich kann mir solche sachen nicht mehr erlauben wir machen einfach morgen weiter scheiße was denn ich muss kurz rum scheiße scheiße Tim wir machen gerade eine Show ich muss ja was vergessen zuhause was Tim wir machen eine Show was sollen die Leute denn gucken ich geh live auf instagram bei welchem account der show masters der show masters live ok seid ihr auch auf instagram ja kommt wenn Tim ist wirklich jetzt live auf instagram oh Gott ja Leute ich bin hier bin hier live ich bin hier live ich muss jetzt ich hab so eine elektrorolle ich hab was zuhause vergessen holt die Handys raus ist okay am soundbult oder können wir versuchen wenn die Leute die Handys ich mein wer sonst ich kann hier jetzt nicht zeigen ihr habt okay macht Flugmodus aus habt ihr eure Handys dabei ja ich hatte jetzt das Tablet halt wo fährt denn der hin der soll jetzt seine Show machen ich check's gar nicht ja der fährt irgendwie auf so einem E-Scooter rum ich schreib ihn mal er soll zurück kommen ich hab jetzt geschickt vielleicht könnt ihr ihm auch noch mal schreiben mal kurz ab ah fahre diese nicht Herzen machen ich seh das hier ganz kurz rein einmal kurz rein genau es läuft ja okay der ist doch nach Hause gefahren genau einmal hier hoch Es gibt hier, glaube ich, so Hildesheim-Reifungen. Sehr dunkel, sehr dunkel. Erster Stock. Oh Gott, oh Gott. Zweiter Stock. Hier. Jetzt sieht er was. Der ist in irgendeinem dunklen Treppenhaus jetzt. Ich glaube, er ist nicht zu Hause. Mist, Mist, Mist. Einmal schnell rein. So, und hier. Oh Mist, Mist. So, da habe ich einmal, einmal was vergessen. Einmal. Hier habe ich was, habe ich was im Ofen vergessen. Habe ich was im Ofen. Heiß, 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 EIS, EIS, EIS. Noch jemand schnell ausmachen. Und dann, und dann läuft das okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Ich bin auf dem Rückweg. Ich bin auf dem Rückweg. Ich komme gleich wieder. Benne. Bin gleich wieder. Bin gleich wieder im Studio. Macht euch keine Sorgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht. Es geht. Okay. Tim soll jetzt sofort kommen. Ach so, schnell. So. Und das geht zum Glück auch noch da. Hier. Nämlich. Querformat. Alle bitte drehen. Jetzt einmal hier hoch. Ja, Zoe, machst du da einen Stress? Ich habe keinen. Das Ding ist halt noch, wenn Tim sich sowas in den Kopf setzt, du musst ihn das so machen lassen, weil er so ein Künstler ist. Ich finde es doch richtig kacke. Und ist er jetzt mit dem Mikro raus, obwohl es regnet? So. So. Ai, ai, ai. Das gibt einer von Robin. Okay. Okay. Hier einmal abstellen. Ganz lang. Da. Kommt er wieder zurück, oder macht er sich das jetzt gemütlich? Ja, ich glaube, der ist wieder... Marci! Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich im Ofen vergessen? Ich habe leider das Eis im Ofen vergessen. Aber jetzt war knapp. War eine knappe Kiste. Was? Hat jemand Lust auf ein Eis vielleicht? Ja. Magst du das Eis? Okay, hier. Bitteschön. Hier auch noch jemand. Bitteschön. Ah. Ja, hier vielleicht auch noch. Ah. Cool, war eine knappe Kiste. Hier drüben auch noch eins. Vielleicht auch noch. Okay. Hier auch noch, hier drüben vielleicht. Okay. Hier. Okay. Entschuldigung, hier auch noch. Bitteschön. Hier, das werde ich mal dahinter. Tim! Ja, Entschuldigung. Ich bin, ich bin los, hatte das Eis noch im Ofen und jetzt ist mir das gerade eingefallen. Ja, dafür machen noch Leute Praktikum bei uns, um sowas abzuholen. Ja, Entschuldigung. Nicht, also nicht, dass das irgendwie anbrennt. Oh Gott, oh Gott. Ey. Schnell wieder weiterspielen. Entschuldige mich. Wir haben, die Show läuft. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das Level durchspielen, sonst gibt's Ärger von Tomorosenträtern. Geh direkt weiter. Entschuldigung. Jetzt geht's weiter. Was? Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marleen ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Scheiße. Schlimm, wenn Leute einfach so wegfahren. Ja. Natürlich. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Zum Zocken? Du bist meine Art? Du bist meine Art? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Gut. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt. Hinterher. Direkt mal hinterher. Hinterher. Die Stimmung ist nicht gut. Da muss noch was aufgefangen werden. Stimmungsmäßig. Wo ist sie hin? Oh Gott. Riley? Riley! Also schon so Zombie auch, ne? Ja, da jetzt nicht. Riley, ähm, ist ein Mensch. Du auch? Ja, aber was steht da jetzt? Schaufetzer. Ist ja eine Mall. Ach, ist eine Mall. Klar. Hier durch vielleicht. Exit. Riley! Gott, oh Gott, Leute! Ihr könnt mich doch hier nicht so ein Zombie spielen lassen, sondern da stehen da so Schaufensterpuppen rum. Ja, sollen da lieber Zombies stehen? Ganz im Ernst, von allen Leuten, die da stehen können, sind Schaufensterpuppen wirklich das best case scenario. Okay. Wie kann ich denn jetzt hier wieder aufstehen? Oh, da geht die aus. Hallo? Was kann ich hier machen? Soll ich dir ein bisschen mit der Steuerung helfen, oder willst du einfach ... Nee, das krieg ich hin. Du kriegst es hin. Da steht ja jetzt auch. Ich bin ein alter Game-Profi, nämlich. Dreieck. Drückst du Dreieck? Oh ja. Oh ja. Ich finde das ganz schön intakt noch, wenn wir jetzt um die Abkalypse. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Entschuldigung. Keine Ahnung, ist es ... Boah, Alter. Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Aha. Aha. Nämlich so. So ist es nämlich. Wann war dir meine Meinung hier wichtig? Es war doch gut. Wer zuerst sauer war, ist sauer. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Frittchen Tennis. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ... Ich versuch's. Hm. Apropos. Diese Wasserpistolen ... Wo wir grad dabei sind. Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Die sind in verschiedenen Fraktionen irgendwie von so ... Die Luft ist so dick zwischen den beiden. Ich hab auch das Gefühl, vielleicht hilft das. Aus irgendeinem Grund haben Sie diese Beziehungsregel, dass sie nicht gleichzeitig sauer sein dürfen? Finde ich erst mal einen interessanten Ansatz. Das ist ein guter Ansatz, ja, eigentlich schon. Zuerst mach ich dich fertig. Das gefällt mir. Und dann reden wir. Hast dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Ist auch eine gute ... So, ne, wenn was nicht so gut läuft ... Okay, jetzt ... Jetzt machst du sie fertig. Was ist R2 noch mal hier? Ich bin nämlich alter Profi. Und jetzt schießen. Aufladen. Guck mal, er ist nur 40% aufgeladen. Das siehst du jetzt nicht wegen Regal. Ach so. Ach, hier drüben. Ja, genau. Hier ist so ein Regal im Weg. Okay, und jetzt ... Wie schieße ich noch mal? Jawoll. Keine Chance und jetzt schnell aufladen? Wie geht das noch mal so? Ja, 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 ja. Nee, wie schieße ich Eier? Ja, keine Chance. Oh Mann! Ich hab ein bisschen verloren, ne? Klatsch. Ich hab dich voll erwischt. Voll erwischt. Was? Das war kaum ein Streifschuss. Du triffst. Okay. Die Aufladung dieser Szene ist auf einmal eine ganz andere. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Das ist aber auch hier. Okay. Schließ die Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme! Oh Gott, bin ich aufgelassen? Nee, muss ich noch machen. So, und jetzt ... Nass machen. Okay. Wie schieße ich noch mal? Hab ich schon wieder vergessen. Ach so. Geh mal hier so rum. Ja, danke für diesen traurigen Applaus. Zwei von drei. Nochmal. Ach so, nochmal. Na gut. Na gut. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du bist tot. Was? Okay, okay. Ich finde, in der Zombie-Apokalypse sind manche Gags nicht ... Ziemlich mehr so gut. Ziemlich mehr so gut. So wie du bist tot. Ah, ich muss hier aufpassen. Mensch, das sind ja tolle Hi-Fi-Anlagen. Ich bin hier aufpassen. Oh, ganz. Oh, wow. Aus dem Nichts. Bin wieder da, Baby. Okay. Gleichstand. Jetzt zählt's. Ah, ja, hab ich auch gesagt. Eins. Zwei. Wie können denn überhaupt diese... Das war gemein. Können doch diese Fernseher noch funktionieren, frage ich mich ja auch ein bisschen. Vielleicht mache ich mal mein Licht aus. Dann kannst du dich besser anschleichen. Da ist sie. Nee, doch nicht. Falsch, richtig. Was, war das jemand anderes? Oh Mist, was hab ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Die Hundemakel gehört aberkannt. Wow. Jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Riley. Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay, gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon. Oh, komm, ich hole meinen Boxen. Ich lieb's. Das kam vorhin blöd rüber. Richtig. Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest. Seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Ja, du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Mein Herz. Aua. Mein Herz. Ich komm klar. Du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Tschüss. Ah, hallo. Tschüss. Schleich doch mal. Hast du nicht meinen Walkman noch? Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Ich bin... Weißt du, wir haben nicht Zombie-Apokalypse und ich bin nie so entspannt wie die beiden. Yeah. Was hast du... Nicht jetzt. Komm her. Schwing deinen Arsch hier raus. Wo war's? Alba. Komm schon. Oh, das ist so süß. Komm. Was ist denn? Hey. Was ist los? Bitte geh nicht. Oh, baby. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. Yeah. I've got you. I've got you to wear my ring. Ooh. Oh. Oh, nice. Es fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Oh Gott, nein! Oh Gott! Was? Was ist denn jetzt los, Leute? Ey, grad war's doch so schön! Es war so schön! Was ist das? Zeitsprung. Zeitsprung anscheinend. Zeitsprung? Wann soll aufhören, wenn's am schönsten ist oder so? Vor oder zurück? Vor, ach so! Ich glaub, das ist grad auch gefährlich hier. Um Himmels Willen, ey, die haben uns richtig eingelullt, ne? Grad ging's mal ganz gut und jetzt nicht mehr so sehr. Ich dachte, dass wir hier mal so ein gruseliges Spiel spielen, was einfach nicht gruselig ist. Aber ich hab das Gefühl, jetzt geht's los. Okay, wie geht das hier nochmal mit der Steuerung? Hier kann ich mich so gut sehen. Ja, genau, Munition. Du kannst mit dem Steuerkreuz die Waffe auswählen. Ja, da hab ich bisher eine Flasche. Ja. Und eine Pistole. Die Flasche kann ich so werfen, ne? Jetzt schleich ich hier so rum. Okay, was ist das? Was ist das? Noch eine Flasche! Wie nehm ich das nochmal auf? Oh, so nicht. Wie nehm ich das auf? Wissen wir nicht? Geht nicht? Wissen wir nicht? Dreieck? Ah ja, danke, danke. Aufs Publikum. Okay. Oh Gott, Leute. Und ich kann irgendwie so gucken, ne? Wie kann ich nochmal so steigen? Ah ja, da hör ich so ein bisschen, was los ist. Okay, ich geh mal, äh, hier runter. Ne, hier so lang vielleicht, ne? Also mit X kannst du über Sachen klettern. Hier runter? Ne, nicht lieber hier runter, ne? Ich kletter hier drüber. Kann ich sprinten irgendwie? Weil ich hab hier schnell raus eigentlich. Du bist was? Ich will hier schnell raus. Du willst schnell raus, okay. Oh Gott. Draußen war aber nichts... Oh Gott! Oh Leute! Pass auf, du musst jetzt hier! Nein! Was ist das Ding jetzt hier? Das ist kein Zombie, ne? Kann ich dir jetzt helfen? Eieieieiei! Doch, das ist Zombie. Das ist sowas, Tim, das ist sowas von Zombie. Oh Gott, Leute! Je schneller die Binden, desto schneller kommt die A und. Je schneller die Binden, desto schneller kommt die A und. Soll ich den Bogen, dann hau ich... Oh Gott, ich schau mich hier drüben auch. Los, schau dich hin! Mit L2 kannst du zielen. Ja, okay, aber die muss ich jetzt leise ausschalten. Ja, da ist Pfeil und Bogen natürlich super für. Das ist super, weil das ist relativ leise. Ja. Dann jetzt den hier. Oh! Der? Und was ist jetzt, wenn jetzt einer guckt? Oder den hier? Oder der, der nicht kommt? Wenn einer guckt, gucken wir zurück. Okay, gute Idee. Ich dachte, der kommt jetzt hier gleich. Oh Gott. Kann ich jetzt irgendwie wieder nicht... Also jetzt, wenn ich los, dann schieße ich ja wahrscheinlich, oder? Ach so, ähm... Ich schieße hier so hin, dann nehme ich den Pfeil wieder auf. Ah, so geht das. Okay, Leute, ich werfe eine Flasche. Ich werfe eine Flasche. Volle Flasche! Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver. Wohin, Leute? Dahinter einfach, oder? Ja, einfach... Da liegt auch noch eine. So, und jetzt laufen alle hin. Das checken die nie, dass ich die da hingeworfen habe zum Ablenker. Ey, Octopus Records. Oh Gott. Okay, ähm... Callback. Aber... Wo sind sie denn jetzt? Oh Gott. Achtung. Wie schieß ich denn? Oh... Äh... Nochmal, oder was? Oh... Ei! Tim! Wie schieß denn? Oh Gott! Oh Gott! Komm, Tim! Du schaffst das! Du schaffst das! Ich hab keine Munition mehr! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Timmy! Hey! Du... Oh Gott, es geht direkt weiter! Es geht direkt weiter! Ich falte mal meine Flagge wieder zusammen. Okay, Leute. Also wir brauchen eine bessere Taktik. Der Moment ist vorbei. Ich bin wirklich... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Also jetzt einfach direkt den hier... Im Kopf vielleicht. Oh Mist! Was ist denn jetzt hier los? Ach Mist! Da hinten! Eventuell hab ich nicht getroffen. Muss ich hier irgendwie nachladen? Na, du musst den Pfeil wieder einsammeln. Habe ich nicht mehr Pfeile da? Du hast einen Pfeil, aber da liegt auch eine Flasche, wurde gerade aus dem Publikum gerufen. Ja, die hab ich ja schon. Die Flasche ist ja... Oh Gott, oh Gott! Die liegt da! Nimm die doch mit! Ich kann nur jeweils eine Flasche tragen. Achso. Sehr klar. Ah ja, okay. Okay, dann werfe ich die jetzt hier hin. Und dann... Oh Gott! Dommi! Und was mach ich jetzt? Ich mach das jetzt einfach mit der Knarre. Ich glaub, das ist besser. Fünf Schüsse. Drei Leute, fünf Schüsse. Das schaust du. Zweimal darfst du dich sogar verschießen. Okay. Hepp! So. Der steht ja immer noch! Tim! Wie viele Schüsse hab ich noch? Oh Gott! Oh Gott! Zwei auf zwei! Ein! Nein! Nein daneben! So ist der! Okay, ich mach das mit dem Messer, Leute! Nahkampf! Du kannst mit Quadrat in Nahkampf gehen! Das ist die Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Oh ja, rein weiß! Und zack! Nein! Scheiße, fascistische Kacke! Entschuldigung! 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 Normalerweise! Du! Los! Schau dich hinten um! Also ich zeig euch jetzt, wie man das macht! Der Tote Typer macht Pfeile, glaub ich! Ah! Da liegt auch irgendwie ein Hammer oder sowas! Der Tote Typer hat noch Pfeile hieß es! Dann schleich ich jetzt hier mal hin und schnapp mir die! Ah! So! Danke für den Hinweis! Drei Stück, Leute! Jetzt haben sie überhaupt keine Chance mehr! Das ist einfach viermal so viel jetzt hast du! Okay, also jetzt hier den! Hepp! Innenrücken! Oh! Tja! Ähm! Sollen wir jetzt klatschen, dass da jemand getötet hat? Wir sind uns nicht sicher! Ich klatsch nicht! Einfach erstmal! Aber wer weiß, vielleicht kannst du mich noch begeistern! Okay! Wo sind denn jetzt die anderen? Jetzt rufen die schon! Die werfe ich mal hier hin! Oh Gott! Da hinten! Das hat gerade schon geklappt! Achtung! Der sieht dich doch! Ja, ne! Hätte man das Blut nicht weganimieren können vorher? Weiß ich nicht! Ist das nicht eine Einstellung? Geht bestimmt! Naja! Bei uns halt nicht! Ich hole mir die Pfeile ja schon! Aber vielleicht ist der ja auch da! Irgendwo! Leute! Ja, aber hast du nicht auch noch fünf? Nee, aber nicht, dass ich später noch irgendwie 800 Zombies töten muss! Och! Ich nehme jetzt die Pistole! Ich glaube, jetzt ist es so ein bisschen, ne? Wie sind so deine? Wie wären denn im echten Leben deine Ambitionen in der Zombie-Apokalypse zu überleben? Ambitionen auf jeden Fall hoch? Ja! Ich hab... Ich bin halt so, ich hab... Ich hab einen Bachelor in Kulturwissenschaften. Das wird bei mir nix! Ich hab noch nicht mal einen Bachelor in irgendwas, ne? Aber ein Master of Show! Master of... Ich bin... Ja gut, sorry, wenn der so durch die Gegend schlendert! Ja! Zack! Also jetzt... Was ist hier? Ein Wachstein! Ja, nimm den mit! Kann man immer gebrauchen! Okay, jetzt händere ich mal hier hoch und dann wieder rüber, weil ich mich verklickt hab! Ich geh zu ihm! Okay, was war hier? Was ist das? Ein Plakat? Okay, legen jetzt hier noch so Sachen rum, die ich bräuchte! Hatten die nicht... Was haben die denn? Was haben die denn für Waffen dabei? Auch Backsteine oder was? Dommi heißt übrigens Dommi Back und sein, äh, zweit Name Dommi Backstein Back... Wie bitte? Ja, hab ich doch hier schon direkt! Oh, was ist hier? Schüsse? Oh Manni! Munition! Man merkt auch richtig, dass ich voll drin bin. Was ist hier? Schüsse! Hier liegen noch Schüsse, Robby! Die sammle ich mir ein! Schüsse aus der Luft geriffen! Hier sind noch ein paar Schüsse! Okay, Leute! Gefahr gebannt! Jetzt krieg ich mal so ne Restrums! Oktopus! Das hast du grad schon gesagt, ne? Hab ich gecheckt! Achso! Ist nicht so schlimm! Ist gut! Dann freuen wir uns zweimal! Doppel die Freude! Super! Ey! Okay! Und was ist jetzt grad meine Aufnahme? Da liegt irgendwie was! Ne Flasche oder... Und Papier! Top! Ach man kann hier, genau, man kann sowas bauen! Was mach ich jetzt hier? Bastelstunde! Molotow Cocktail! Ah ja! Ticken! Noch was? Nagelbombe! Ihr müsst mich dran erinnern, dass ich den Cocktail hab, dann werf ich den mal irgendwo hin auch! Was ist denn hier los? Muss ich da jetzt rein? Das sieht gut aus! Da würd ich rein! Ja, da würd ich auch rein! Ich nehm mal lieber die Pistole kurz! Hallo? Lieber nicht mit der Taschenlampe, ne? Doch, mit der Taschenlampe! Ich trau der Sache voll um ja! Ich hab überhaupt keine Lust! Ich geh jetzt da gleich um die Ecke und dann schnappt irgendwas zu! Aber Tim, 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 Tim! Tim, weißt du was? Ist voll gruselig! Lass es! Einfach lassen? Einfach aufhören! Aufhören ist genug! Okay, Leute! Das war die Folge! Let's Be Showmos! Einfach der Gefahr nicht begegnen! Herzlichen Dank fürs Zugucken! Das war's für heute! Danke an die Band! Danke als Online-Publikum! Danke! Auch an das Studie-Publikum! Na ja! Und dann? War's das! Genau! Jetzt! Das ist eigentlich zu weit mit der Ecke! Ja, hier mit vielleicht! Du machst das doch, ne? Mach mal! Du machst das doch, ne? Oh, 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 oh! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hey, Zoe! Was sollen die Leute machen? Ähm... Lass mich kurz nachreden. Ja, ich glaube schon. Okay. Hier steht Kanal, liken und auch nirgen. Kommolisch... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh! Maa, säkert dazu. Also, le Razor! Oh, oh, oh! Oh, oh!